Aber das Spiel ist eine komplett andere Story als der Film, äh, als die Serie. Aber die Serie, wenn dir das gefällt, kannst du dir die Serie auch mal angucken. Die ist gut. Ich bin schmerzig. Well, du schlappst in einem Stall, kleine Frau. Glücklich, dass du keine Späder in deinem Haar hast. Aber ich glaube, dein Vater hat sie alle weggekriegt, hm? Ich bin, äh, nicht unser Vater. Babysley, ich bin Kenny. Vater, wir haben keine Offenheit. Da ist ein Trunk und alles. Das ist ein Trunk und alles. Wir müssen gehen, oder wir werden nicht hören. Das ist mein Junge, Ken Junior. Wir heißen ihn Duck, aber... Uh, Duck? Ja, nichts zu erinnern. Wie Wasser aus einem Dach, du kennst. Das ist ein Werteidig, in der Zeit. Keine Werteidung. Aber, ehrlich gesagt, ich denke, es ist, dass er so dumm wie ein Bag of Hammers. Dad! Aber er macht es mit Entusiasmus. Die Worte ist, du bist auf der Weg nach Macon. Meine Familie ist von dort. Macon ist auf der Weg, und persönlich würde ich empfehlen für ein Mann, der kann ein paar Hände zusammenbrennen, wenn er muss. Uh, kommen wir mit? Ja, sicher, wir gehen. Es ist ein Plan, dann. Honey, Duck, das ist Lee. Und was ist die Frau's name? Clementine. Clementine. Das ist eine sehr schöne Name. Danke. Wir sollten arbeiten. Wir haben alle gesehen, was diese Dinge da draußen tun können. Also, je schneller wir diese Fenze auf, desto besser. Ich will eine Fenze bauen. Ja? Ich brauche einen guten Foreman. Du kannst sitz auf dem Traktor und schreien mich an, wenn ich eine Wasserbremse nehme. Auf dem Traktor? Cool! Duck und ich fahren zu. Ich kann ein Blick auf deine kleine Mädchen hier auf dem Bord. Wir können sie besuchen. Und wir fahren jetzt mit, wie hieß der noch? Kenny? Ken? Ken? Irgendwie sowas? Ja, wir fahren jetzt mit Ken, Ken nach Mücken, 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 Mücken. Na egal. Hey da, uh, Kenny. Kenny, genau. Brauchst du Hilfe? Nehm. Ich denke, ich habe es. Du brauchst keine Hilfe? Was meinst du? Ich meine, um die kleine Mädchen zu beachten. Weißt du, was du machst? Du hast deine eigenen Kinder. Ja. Ich habe keine Ahnung. Wir haben keine Kinder. Nein, nein. Keine Kinder. Wir haben einen. Dann haben wir einen. Ja. Wie geht es dein Sohn? Wie geht es, soll es wahrscheinlich heißen. Wie geht es, ja. Äh, was ist euer Plan? So, was ist deiner Familie's Plan? Geht zurück in Lauderdale und lasst dieses Messen ausgelöst. Die Regierung wird beginnen mit Schäden und der National Guard macht seine Dinge. Auf der wunderen Chance, dass Dinge zu schlecht sind, könnten wir auf mein Boot, ich glaube. Wir haben ein Boot. Ich bin ein kommerzieller Fischermann. Ich kenne Mackerel, Dolphin, was man beitern und bezahlen. Katja wäre nicht so wild, aber das Boot ist nicht so schlecht. Ich bin gespannt, wie viel Auswirkungen das alles haben wird. Aber eben mit dem Polizisten, da wollte ich dir ja eigentlich als Antwort haben, dass wir mit einem Polizisten unterwegs waren. War ja wirklich in der Wie-Sprache gesprochen. Ja. In der Wir, nicht Wie. Ja, ja, ja. Wir sind eine schwierige Familie, Lee. Es wird uns nichts verfallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Du hast so schönes Haar. Es kriegt so viele Haare. Es kriegt so viele Haare. Es kriegt so viele Haare. Aber was mich beunruhigt ist, der Vater hat erzählt, dass der Junge geschnappt wurde. Mhm. Von den Zombies. Ich habe Angst, dass der gebissen wurde. Aber vielleicht noch nicht so die Auswirkungen hat, dass das noch kommt. Dass der ein ganz großer Faktor ist. Und... Oh ja. Du denkst, dass dieses Ding ihn rauskommt? Nicht noch. Ich planze, dass ich auf einen Fortifizierungspass zurückkomme, wenn du willst. Wir werden dieses Ort gut verhören. Ja, das stimmt. Wollen wir mal mit dem Jungen reden, ne? Jetzt kann ich nicht mehr... Doch. Ich wollte schon sagen. Wie geht's, Duck? Gut. Ich werde den Traktor fahren. Ich bin der Hauptmann. Leicht mit deinem Bein, Sean. Du weißt, wie es fahren kann? Natürlich nicht. Ich kann dir eine riesige Kritik des US-Farmbilders. Ich bin gut. Okay, dann gehen wir mal hier weiter. Jetzt sind wir hier. Das Auto. Aber wir sollten doch jetzt eigentlich mit ihm losfahren, oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Müssen wir jetzt hier erstmal noch gucken. Vielleicht erstmal mit allen quatschen. Ja. 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 Das ist zu schlecht. Nun, ich höre, dass Leute immer nach der Schule zurückklammern, nach einem großen Desaster. Die Leute wollen nicht ignoriert werden, ich glaube. Wie hast du dich durch die Stadt geklappt? Kenny hat nur gefahren. Wir haben so viele Leute, die Hilfe brauchen. Und wir haben einfach jemanden über die Leute über die Leute... Es ist okay, es ist okay. Du musst nicht mehr sagen. Ich möchte nach Hause morgen. Aber dann kann ich auch nicht die Dinge, die wir... die Dinge, die Doc durchging. Du willst nicht zurück zum Moment, bevor du das alles wusste? Ja, ne? Ben ich. Jemand in ihrer richtigen Meinung würde. Familie, Barbecues und Bier mit guten Freunden. All diese Dinge. Das sind die Dinge, die wir für leben leben, richtig? Mit denen weg, ist das der Punkt. In ein bisschen zurück. Okay, Lee. Wir können jetzt endlich mit dir losfahren, Digga. Es ist nicht der größte Anforderung in der Welt, aber es bekommt eine Arbeitskarte. Wir wollen doch los! Mann, 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 Mann. Ich probiere mal gerade ein paar Tasten aus. Ich scheine das Inventar nicht zu finden. Eine Map gibt es irgendwie auch nicht. Ja gut. Auch nicht M für Matt. Tja, was können wir denn jetzt hier machen? Zum Hühnerstall gehen? Ach, ich weiß, was dein Inventar ist. Guck mal links. Ja, aber ich kann da... ich komm da nicht hin. Ich komm da nicht hin. Vielleicht kannst du das momentan noch nicht. Da. Das wird's wohl sein. Da ist nur wieder Katja. Da ist gar nichts. Kannst du da nicht an der Scheule vorbei? Das sieht nur auch danach aus, als ob du da vorbei könntest. Da nach links meinst du? Mhm. Ja, gucken wir mal. Hier so rum, ja? Mhm. Ach. Da kommt man auch wieder da. Okay. Wie geht's? Wie geht's? Ich werde den Traktor fahren. Ich bin der Hauptmann. Lauf mit deinem Back, Sean. Ah, wir können auch mit dem reden. Hast du eine Hand? Das wäre großartig. Wenn du die zwei Beißer auf die Länge kümmern könntest, dann würde das sicher schnell aufhören. Mein Vater weiß nicht, wie schlecht es ist. Nein, er weiß nicht. Ich sah einen Mann in Atlanta, einen Kind zu töten. Einen Mann. Ich habe ihn gerade in den Gesicht gefangen. Was? War der Junge einer von den Beißern? War der Junge einer von den Beißern? Ich weiß gar nicht. Wer hat den anderen attackiert? Der Mann, der sich um Hilfe fragt. Er hat gar nicht gehalten. Er hat nur gehalten. Er hat nur gehalten und legt den Kugel in den Kindern in den Augen. Und legt den Trigger. Du siehst gar nicht so etwas. Es ist nicht wie in den Filmen. Sie fallen nicht so wie du denkst. Hast du es zu tun? Was tun? Zu töten. Hast du noch einen ausgeliehen? Oh. Um. Nein. Es ist cool. Es geht nicht. Ich bin nur glücklich, dass wir diese Kugel gebaut haben. Dad will einfach die Familie sicher sein. Und er denkt, dass die Leute in eine größte Gefahr ist, als was da. Wie geht es mit dir? Wie ist deine Familie? Ja. Mein Bruder und meine Eltern sind in Make-up. Ich hoffe. Oh, Mann. Ich hoffe auch. Ich hoffe auch. Vielleicht ist es nicht so schlimm. Das ist wahrscheinlich alles, was ich für heute brauchen. Danke. 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 Wenn du meinen Vater hier sehen möchtest, du möchtest, dass er etwas Hilfe in der Pfanne will. Aber ich finde, der Timer ist ein bisschen zu schnell. Der müsste weit langsamer sein, weil du kannst ja nicht immer alle Antworten durchlesen, je nachdem wie lang die sind. Genau. Ja. Vielleicht kann man das sogar in den Einstellungen mal irgendwie machen. Ist ja dann... Steuerung? Nein. Da stand sogar, dass es gar keine anderen, außer die Maustasten und 1, 2, 3, 4 gibt. Und halt WASD zum Gehen. Ja, Gameplay könnte das höchstens sein. Tja. Lassen wir es einfach mal so. Kann man wohl nicht einstellen. Okay. Helfen wir dem mal hier in der Schreine. Ja. Du solltest wissen, dass wenn du heute nicht mit Kenny nicht verlassen würdest, würde ich nicht für deine Lacken der Honestheit letzte Nacht stehen. Ich bin nicht sicher, dass ich folge. Ich bin nicht dumm. Ich habe dich in der Lacken letzte Nacht, über die du mit in der Schreine warst. Und ehrlich gesagt, ich gar nicht mehr wissen. Wie bist du von Atlanta aus? Uh. Ich habe einen Racken und dann bin ich in einer Schreine. Ich bin nachdem dein Junge gefunden hat. Hm. Na, du bist gar nicht mehr für dich. Diese Farme ist ein schönes Plot von Land. Ja, Macon haben wir jetzt ja eigentlich schon. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja. Ja. Kann ich dir ein paar Tipps geben? Nein. Natürlich. Ich weiß nicht, wer du bist, oder was du getan hast. Wir sagen, dass Dinge nicht besser werden in den Stadt, oder sie besser werden, bevor sie zu tun. Du musst auf die Honestheit von anderen, wenn du das machst. Und wenn die gleichen Leute zu fragen werden, du wirst in der Probleme. Aber zumindest hast du das Wichtigste, zu hören zu einem Mann, die dir Tipps geben. Okay. Wem helfen wir? Wem helfen wir? Wem helfen wir? Ja, ist doch egal, irgendeine. Wem denn? Ja, klick auf irgendeine. Ist doch scheiße egal, wem. Ist nicht egal. War jetzt eine wichtige Entscheidung wahrscheinlich. Ich hab dich. Bounds! Ich hab dich. Oh, 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 oh. Geh weg von hier! Ich bin sorry. Sorry? Dein Junge ist eine Lüge. Du musst nicht sagen. Und du? Du hast sogar nicht versucht. Ich dachte, dass ich sie beide helfen könnte. Schau ihn. Du denkst es falsch. Und jetzt? Bitte. Geh weg. Geh weg! Und nicht zurück! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg!